Hallo. Heute war wieder mal ein, also wir haben es gerade mal neun im Morgens, also der Tag ist noch nicht mehr ansatzweise vorbei, aber es war ein Morgen, wo sehr gut getestet werden konnte, wie das Anti-Aggressionstraining und das Lösen innerer Anspannung oder mit dem Umgehen innerer Anspannung bei mir aktuell so funktioniert. Stellt sich heraus ganz gut, denn es hätte auch viel, viel schlimmer sein können. Normalerweise trage ich mittlerweile jeden Abend, wenn ich von Ipan nach Hause komme, mein Fahrrad in meine Wohnung. Was nervig ist, weil so ein schweres Fahrrad hochzutragen und am nächsten Morgen wieder raustragen zu müssen, ist anstrengend. Man muss ständig aufpassen, dass mein Treppenhaus nicht irgendwo entgegenkommt, aber es könnte auch da schlimmer sein. Ich wohne immer im Erdgeschoss, zwar hochbatter, aber es ist halt nur eine kleine Treppe. Aber es könnte schlimmer sein. Der Grund, warum ich das tue, ist, weil mir mein damals brandneues Fahrrad einfach am nächsten Tag gestohlen wurde. Und ich hatte noch eine Versicherung abgeschlossen, die ja immer erst am Folgetag gilt. Also es hat alles gepasst. Ich habe die Versicherung extra einen Tag vorher abgeschlossen, weil ich einfach dachte, ja, wenn schon, denn schon. Vielleicht wird es ja gleich am ersten Tag geklaut. Dann wird es am zweiten Tag geklaut. Ja, und dann habe ich das eine Weile lang woanders hingestellt, hinters Haus, weil ich es halt nicht in die Wohnung tragen wollte. Und dann irgendwann eines Morgens an dem Schloss, ich hatte mir dann ein neues und besseres gekauft, das Beste, das es gibt. Massive Einbruch- oder Diebstahlsversuchsspuren festgestellt. Also da hat jemand mit einem Werkzeug versucht, das aufzubrechen. Hat nicht geklappt. Und seitdem dachte ich mir dann so, okay, ich muss es anscheinend in die Wohnung tragen. Und Donnerstag ist ja mein freier Abend, wo ich bei IPA nicht unterrichte, wo Eike das übernimmt. Und ja, dadurch geht mir so ein bisschen die Routine verloren, wenn ich abends von IPA nach Hause komme, trage ich es halt rein. Aber wenn ich tagsüber irgendwie irgendwo war, dann trage ich es halt nicht rein. Obwohl ich es eigentlich müsste, weil es ja Donnerstag, das heißt, am Abend entfällt diese Routine, dieses, ich komme nach Hause, ich trage das Fahrrad rein am späten Abend. Da macht es ja auch Sinn, weil dann fahre ich ja nirgends mal hin. Aber am Tag will ich das nicht reintragen, weil es kann ja sein, dass ich irgendwie spontan, das mache ich Donnerstags oft, wenn ich frei habe, einfach jetzt gerade sage, okay, ich bin jetzt lange genug zu Hause geblieben, ich fahre jetzt los, irgendwo hin. Und dann habe ich keinen Bock, das Fahrrad immer wieder rein und raus zu tragen. Das muss dann tagsüber, muss es draußen bleiben. Was auch nicht so schlimm ist, weil die Diebstähle oder die Versuche haben nachts stattgefunden. Nur gestern, gegen 17 Uhr, waren wir dann irgendwann so langweilig, zu Hause. Ich habe dann halt, ich habe recht viel gearbeitet gestern am PC und habe auch sehr viel gechillt. Und dann irgendwann war mir so langweilig, dass ich eigentlich so die Idee hatte, ja, verabrede ich mich mit jemandem? Mache ich eine Fahrradtour oder versuche ich mich zu Hause irgendwie zu beschäftigen? Und ja, die Fahrradtour ging irgendwie nicht, niemand hatte Zeit. Fahrradtour hatte ich keinen Bock. Also habe ich einfach angefangen, ein neues Gedicht zu schreiben. Und das hat erst überhaupt nicht funktioniert. Ich saß eine Stunde am Rechner und ich habe nichts auf die Reihe bekommen. Und dann habe ich angefangen, Alkohol zu trinken. Ich ertrinke unheimlich gerne Gin. Sehr selten. Obwohl in letzter Zeit jetzt tatsächlich, habe ich ein regelmäßiges Ereignis, wo es Spaß macht, das zu tun. Und dann dachte ich halt gestern, ja, komm, dann trinke ich halt jetzt meinen geliebten Gin. Ja, alleine, scheiß drauf. Ich bin ja ansonsten ein recht stabiler Mensch, also kann ich mir das leisten. Und auch wenn ich aus einer klassischen Alkoholikerfamilie komme, also so würde ich das bezeichnen, werde ich nicht zu Ende. Ja, und dann habe ich einen Gin Cola, ich mische das noch mit Cola. Das ist für mich eine sehr angenehme Mischung, die viele Menschen nicht verstehen können. Habe ich einen nach dem anderen getrunken und mir ging es plötzlich ziemlich gut. Und plötzlich ging der Schreibfluss los. Und ich habe, ja, recht viel auf die Reihe bekommen. Und hatte auch dann so einen schönen Beat gefunden, der schön traurig ist, aber gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen hoffnungsvoll. Dann habe ich einfach geschrieben, geschrieben, geschrieben und das sind fünf Stunden vergangen. Also insgesamt. Ich hatte um 17 Uhr angefangen, um 18 Uhr wollte ich es eigentlich über einen Haufen werfen, weil ich nichts auf die Reihe bekommen habe. Dann habe ich angefangen zu trinken und plötzlich war es 22 Uhr. Und ich hatte immer 14 Zeilen. Ja, und dann war es halt irgendwann 22 Uhr, wie gesagt. Und das ist so in etwa meine Zu-Bett-Geht-Zeit. Also habe ich halt, ja, auch irgendwann zu Abend gegessen. Und bin dann halt einfach ins Bett gegangen. Und was habe ich vergessen reinzuholen? Mein Fahrrad, ja. Dann bin ich heute Morgen aufgewacht, nicht verkatert. Ich kriege generell keine Karte, weil ich einfach niemals so viel trinke, dass ich einen Karte bekommen würde. Aber ich habe schon gemerkt, okay, der Schlaf ist ja auch, wenn man Alkohol getrunken hat, nicht so erholsam. Und ich bin halt um Viertel nach fünf von meinem Bäcker geweckt worden und dachte so, ja, ich kriege es hin. Es ist ja bald Wochenende. Und ich habe auch richtig Bock aufs Training. Mein DVD-Partner und ich machen jetzt wieder ein bisschen mehr Training. Und da habe ich mich auch schon total gefreut, das heute gleich wieder zu machen, weil wir die neue Systematically Attacking the Legs DVD von Gordon Ryan angefangen haben. Und da gab es jetzt schon so ein paar neue Details, die ich auch der Gruppe teilen wollte. Und da war ich halt auch noch irgendwie ziemlich gut drauf. Vom gestrigen Schreiberfolg, 14 Zeilen in vier Stunden, das ist schon ganz okay. Und dann habe ich tatsächlich meine Morgenroutine völlig abgeändert. Und nachdem ich meine russische Vokabeln gemacht habe, einfach das weitergeschrieben, solange ich konnte, bis ich halt los musste. Um dann, als ich wohl die Haustür trat, festzustellen, dass mein Fahrrad noch da war, tatsächlich. Das war noch da. Wie gesagt, dieses Schloss, das ist wohl das Beste auf dem Markt. Und das hatte ja damals schon mal jemand versucht zu knacken. Das hat der Dieb, vielleicht war es ja sogar dasselbe, nicht versucht, weil das Schloss hat außer die eine Spur von damals keine neue Spur. Aber er hat den Akku gestohlen, welcher nicht gut geschützt ist. Also der ist halt auch verschlossen, klar, aber das ist einfach. Da muss man einfach nur die Abdeckung aufmachen und dann halt das raushebeln. Und so, ja, der Akku war weg. Neu preis circa 500 Euro, also die sind schon was wert. Oder sogar 600, 700, das ist ein ziemlich guter Akku. Und ich habe das dann halt so gesehen und dachte so, ich bin gerade eigenartig entspannt. Das muss ich dazu sagen, liegt allerdings auch daran, dass ich eine Versicherung habe, halt erneut. Die wurde dann damals aufgelöst. Und dann habe ich halt direkt die nächste Akku geschlossen. Das heißt, auch jetzt in diesem Fall werden mir keine finanziellen Nachteile entstehen. Das heißt, da war ich erstmal entspannt. Ich war zusätzlich entspannt, weil ich einen Ersatzakku habe, den ich dann aus der Wohnung geholt habe und tatsächlich festgestellt habe, es sind keine Schäden am Fahrrad entstanden. Ich konnte den Ersatzakku einfach einführen und dann tatsächlich auch losfahren zum Training. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich vor einem halben Jahr, und das weiß ich, weil damals wurde mein Fahrrad gestohlen und da bin ich völlig ausgerastet, ich verhältnismäßig gute Fortschritte gemacht habe, was es angeht, Situationen einfach zu akzeptieren, die man gerade eh nicht ändern kann. Und nichts bringt sich, es aufzuregen. Weil es macht das ja nicht besser. Ich habe mal gelernt, es macht doch irgendwie total Sinn, dass man wütend und aggressiv wird, bis eigentlich der Impuls kommt, aus dem Instinkt heraus sich zu verteidigen. Deswegen wird man wütend und aggressiv, damit man bereit ist, gleich zu kämpfen. Aber es ist ja völlig sinnlos, weil jetzt in dem Moment, es gab ja keine Gefahr. Es war ja einfach nur was Gemeines, was Fieses, was Nerviges passiert, was jetzt auch echt nervig sein wird, weil ich muss eine Anzeige erstatten, dann muss ich die Versicherung anschreiben, dann lösen die wieder den Vertrag auf, dann muss ich mir wieder eine neue Versicherung suchen. Und ja, das ist halt alles sehr benervig so. Aber es wird ja nicht besser, wenn man sich darüber aufregt. Und ich habe mich in der Vergangenheit über Dinge aufgeregt, die waren nicht ansatzweise so, wie das, was heute passiert ist, sondern viel kleinere Dinge, wo man sich gar nicht darüber aufregen muss. Aber trotzdem habe ich mich darüber aufgeregt. Und ja, das hat heute tatsächlich so funktioniert, dass ich das nicht tun musste. Sondern einfach, ich habe das so gesehen, und ich dachte so, ja, okay, fick dich. Aber hey, es könnte schlimmer sein, ich könnte kein Ersatzakku haben oder mein Fahrrad könnte gestohlen worden sein. Also bin ich einfach, was soll ich denn machen? Einfach in die Wohnung gegangen, habe das Fahrrad, den Ersatzakku geholt und bin zum Training gefahren. Ja, und da habe ich dann festgestellt, so beim Training hat es dann mit der inneren Ruhe plötzlich doch langsam so ein bisschen Probleme gegeben. Und die Ruhe hat sich in Anspannung verwandelt, weil ich beim Training manchmal einfach... Ich habe da manchmal meine Phasen und meine Anfälle. Ich glaube, alle, die mit mir trainieren, wissen das auch. An manchen Tagen muss man die spezifischen Dinge, die ich sage, sehr genau machen. Ansonsten verlehe ich schnell mal meine Fassung. Ich glaube, das ist heute zwei, dreimal passiert. Ja, aber auch das war in der Vergangenheit viel, viel schlimmer. Ja, dann mache ich mich jetzt mal an den Papierkram. Anzeige erstatten und Versicherungen verständigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und schönes Wochenende. Vielen Dank.